So! Colin, das was ich noch tritt, wo du sagst, der war nicht schwarz. Das reiß ich einfach so aus dem Kontext. Der war nicht schwarz. So! Wir waren gerade bei der Pokémon-Liga, ne? Stefan! Stefan! Was hättest du mal nicht geheilt? Oh scheiße, Schutz wirkt nicht mehr. Ach ne, du hast auch Trotz gesagt nicht mehr. Genau, du hast davor gespeichert. Genau, weil ich gar nicht spielen wollte. Genau! Tja, hättest du mich nicht, Stefan. Dann hätte ich Stefan jetzt voll verkackt. Ich gehe mal davon aus, dass das 5 sind. Weil Siegfried auch schon so gesagt hat, er ist in der Top 4. Und das war wahrscheinlich letzte Folge von Pokémon. Genau, jetzt gehen wir jetzt in einem durch einfach. Außer danach kommt noch irgendwas. Ich bezweifle ich. Ich glaube danach ist es. Deswegen würde ich sagen, macht jeder einen der Top 4. Okay. Einfach. Und Meshit die Top 5 der Top 4. Bist du ganz sicher, dass ich eine von den Top 4 machen soll? Achtung, hinter mir liegen die Top 4. Wenn du einmal hier durchgehst, gibt es keinen Weg zurück. Oh oh, oh oh, oh oh. Achtung, hinter mir geht's nicht mehr. Okay. Geh mal zurück. Nein. Versuch's mal. Ehrlich, ehrlich, komm. Geht nicht? Oh. Baumann, schreite zur Tat. Nein. What? Oh, entschuldige. Ich habe gerade meinen Text für den nächsten ASDF-Movie geügt. Oh, nett. Und da bist du Baum, ein Baumann. Guck dich hier nochmal um. Alles so schön grün. Oh nein. Ich liebe Pflanzen einfach. Deswegen bin ich der Baumann. Nun lass uns kämpfen. So wie grün. Meine Baum- äh, Pflanzen-Pokémon werden dich in Grund und Boden stampfen. Die haben die abgefügt. Das ist echt so. Die Gründen sind hoffentlich. Die Gründen und Wurzeln stecken. Ey, das ist doch Falk. Marianne, alter Falk. Ja, aber das sieht so aus mit seiner kranken Frisur. Ein bisschen was von Falk und Kruger, finde ich. Ja, aber die Frisur ist doch voll Falk. Ah, Chaos ist voll. Ich glaube, das haben sie von ihnen genommen. Joa, passt ja. 35, Edgeborn. Und dann wirst du das höchste vielleicht so bei 42, 45 sein? Oh, schläfst. Ist recht, Parasek zieht uns ab. Ich schlafe. Komm, nochmal Schwertanz und dann. Oha, aha. Oha, alter Marsch. Joa. Ich weiß, wenn er jetzt hier Schlitz hat oder so. Oder wie diese komische Kutsche hier. So, okay, das war's. Hallo. Wenn ein Parasek jetzt abgezogen hätte, wäre aber auch ein bisschen... Wäre ein bisschen hart. Oh, Toxin. Ernsthaft. Voll nervig. Du hast Heilung. Ja, stimmt. Genesung. Genesung und Heilung. Macht Genesung auch Statuseffekte? Genesung heilt nur Capri und Heilung heilt Status. Alles klar. Ja. 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 Ja, andere Genesung reinhauen. Ja, einsparen. Solar, Solar. Bär direkt. Was? Hat er nicht aufgeladen? Nee. Hat er vorher so einen Tag gemacht? Ich glaube nicht. Aber es ist Kokowai, jetzt darf das. Achso, ok. Also, weil wir im Baumlevel sind. Dieser Floor. Floor. Nein, da ist er. Den ersten müssen wir nochmal alle zusammen sehen. Baumwann ist alle seine Druckwohnen schwächer. Ja, das erste was er hat. Ja, weil er Baumwann ist, Mann. Der hat nicht so der allergeilste. Kapaloris, yeah. Wieso? Nein, der ist wieder klar. Verdammt. Haben wir das noch Rami-Let's Played, oder? Nee. Das heißt halt so. Im Pokémon Kolosseum müsst ihr spielen. D-Queen, der ist geil. Also nicht D-Queen, sondern seine Pokémon. Ah. Wo war der Michael Jackson? War das hier? Das war D-Queen. Achso, war sogar D-Queen. Kranker Scheiße. D-Queen. Nein, du hast den Zweig zerbrochen. Wie kannst du nur? Verschwinde aus meinem Raum, bevor ich die Fassung verliere. Oh Gott, ja. Das ist nicht möglich. Wollen wir doch halt nicht von den Bäumen da ein bisschen an sich gehen. Baum ficken. Baum ficken. Assloch, ein bisschen hart zusammen. Okay, das war die Nummer eins. Psycho. Psycho, das sieht auch wie Anton. Oh mein Gott. Okay. Ich werde das Anton synchronisieren. Wer will den Zweiten machen? Den mache ich. Anton muss, will ich. Dann könnt ihr sie gegen Anton spielen. Dann darfst du ja wieder beide Stimmen machen. Denk dran, Akeos ist ein klein wenig angeschlagen. Vielleicht vorher heilen nochmal oder so. Da muss nicht noch eine Genese. Also vielleicht was anderes nehmen. Ja, oder so gegen Psycho. Keine Ahnung, was gegen Psycho gut hilft. Das ist ein Anton, das ist ein Anton. Hypertral. Das ist ein Anton. Ein Anton ist aber da nicht. Bist du nicht warum? So, Toto ist doch ziemlich aus. Nee, Toto will ich noch mal geheilt werden. Nein. Wir machen. Waaah. Erstmal den Status. Ja, klar. Okay. Ich drücke immer mit dem Ws für gehen und das andern benutze ich mal für AB. Ach so. So, okay, Anton von hinten. Lieber nicht von der Seite. Von der Seite. Von der Seite an. Okay, na dann. Oh, ein Enton! Bist du mein nächster Gegner? Ein Enton! Eins, nein, zwei ja. Zuerstens nein, zweitens ja. Achso, okay. Oh, ich bin kein Enton. Na, dann leg mal los. Wir haben bloß nicht die passenden Sprut-Sprites. Und ja, ich bin dein nächster Gegner. Lass uns anfangen. Ich dachte jetzt auch genau ein Enton. Das wäre episch, wenn das ein Enton wäre. WDF? WDF? Gengar in den Kampf. Gengar. Okay. Also ist sie das auch hier? Geist. Doch, Geist. Verdammt. Joa, geht durch. Joa, hier. Was ist das? Hypnose, man. Ha, ha, ha. Hypnose ist halt nicht so super. Natürlich, ja. Alle mit Surfer wechseln. Joa. Surfen wenn du eine Runde drauf gehst. Surfenst. Oh, ich finde den... Ne, wie hieß der Zwirr-O-Klo? Den fand ich mal so toll. Einfach so... Zwirr-O-Klo gesagt. Passt doch. Passt doch. Was hat er denn eingesetzt? Muss er da einmal... Finster-Faust? Schatten-Faust? Oh, wie... Oh, wie magier ist das aber. Geht auch durch. Gedankengut, was bringt hast du als... Speziale auf die Verteilung. Was? Wie? Bis... Ah, natürlich. So ein Vorteil. Wobei ich weiß gar nicht, ob es hier jetzt physisch ist. Wirklich ein bisschen sehr effektiv. Ja, passt. Ey, so lange es keiner normaler... Tourtage! Alles! Ne, ich weiß, weil der seinen Spezialein gut hat. Ja. Aber was soll's. Bis... Alter, keine Chance. Ehrlich. Süßer... Bah... Ähm, macht nur Verbrennung, ne? Ja. Schande. Dann zündet einen Gegner. Das war so... Schiggy? Ich stand da grad echt... Äh... 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 Pass auf... Es ist aber Geschädelbombe. Äh... Jetzt wandelt es. Sind wieder zurück. Mach mal auf weiter. So... Schiggy ist... Schiggy war heftig. Ja. Und ähm... Auch Schädelbombe hat keine andere Auflagen gebraucht. Ah... Oh... Oh... Vielleicht haben sie das Haus gemacht. Ah, ich bin kein Anton. Wie der? So... Hm... Doch irgendwie schon ein Anton. Alles klar. Ja. Das hätten wir dann. Dann... Wer will als nächstes sein? Mejid! Ich weiß nicht. Wollen wir erst mal gucken, wer als nächstes kommt. Nein. Überraschung muss das sein. Überraschung muss sein. Du willst Siegfried? Ja, wer weiß. Vielleicht kommt er als nächstes. Okay. Mejid? Er hat gesagt, dass er als fünfte Mitglied ist. Okay. Frech, ey. So, du weißt, wie Störung ist. Oh, Mensch. Was denn? Siegfried? Äh... Genau. Das ist ja Eis. Das ist ja gut. Wui! Endlich ein Herausforderer. Achso. Du bist vermutlich der erste Trainer, der alle 8 Orden gewonnen hat. Mhm. Mit der Ausnahme natürlich von mir. Denn ich hab 9 Orden. Gary? Das steht ja. Nur lass uns sehen, ob ein 8 Orden Träger, ein 9 Orden Träger besiegen kann. Ich meine, seine Frisur war auch so Gary-mäßig. Es ist Gary, aber... Jackson Zipper. Ja, von wegen, ey. Das ist auch von Gary. Ja. Und dann haben die Brille. Oh Gott. Ich liebe diese Brille. Ich will die auch endlich mal haben. Bist du mir kaufen? Definitiv. Wui! Ah, warte. Sein Nebulock mit Brille, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ah, Traumfresser und so. Ne, einfach Stimm-Schwein. Und? Spezial-Death-Bank? Na, nix. Fokus los. Uff dich, ey. Was ist mit dem Nebulock los? Ne? Mach Top-Genesung einfach, um gut ist. Können sogar noch mal. Top-Genesung. Ne, Top-Genesung würde ich nicht machen. Sonst holt er jetzt gleich wieder die Lose rein. Der macht's auch eh bestimmt gleich. Genau. Los, bis. Ah, das war jetzt ja Zufall. Ja. Macht er natürlich sofort wieder? Oh. Das wär aber grad lächerlich gewesen. Ja. Von wegen, er weiß ganz genau. Womit kommt eigentlich Nebulock dazu? Tja, gute Frage. Nebulock kann Feuerschlag lernen. Ah. Sianer. Vielleicht wandeln sie sich in den Feuerball und rammt den Gegner? Lass doch da. Okay, Diktar kann auch Tiefschlag lernen. WTF, ey. Scheiße, ich hab's already facken. Ja, wieso? Ist doch klar, warum Diktar Tiefschlag erlernen kann. Du weißt doch seine wahre Form. Ja, er ist ja nur ein Mann, ne? Ja. Diktar sind drei Männer. Oh, und da ist es einfach mit seinem Dicken Tiefschlag. Ja, das ergibt voll Sinn. Er schlägt sich selber zu dir. Diktar ist super. Dragonia. Mach ich mal aus. Dragonia. Dragonia. Heos. Ui. Mal treffen wir mit dem hier. Ja, einmal Urteilskraft. Ja. Ja. Abgereicht. Erodak. Was war denn nochmal? Wie hieß der nochmal? Karyama. Ja, bei ehm. Über Augen. Über Augen. Über Augen. Genau. Wie geht's los? Wie? Oh mein Gott. Ja komm, es ist ein weibliches. Ich hoffe es. Ich hoffe es ist ein weibliches. Erodaktyl hat kein schlechtes. Was? Das kann nicht sein. War natürlich. Steig zurück. Ja, hau den Supertrunk, Supertrunk, whatever. Ist Collins Problem nachher, da muss noch spätere Kämpfe machen. Ich benutze einfach Arceus ohne Attacken. Oha. Einfach immer Genesung, bis der Gegner Verzweifler macht und sich dadurch selbst killt. Oh. Malerfucking Erdbeben 56. Und Zack. Surf mir einfach auf Erodaktyl. Alter, man sieht nicht mal mehr was. Oder hat es... Oha. Haha. Alter, jetzt aber hau weg. Alter, ich frech, ey. Mhm. Oh, sehr süß. Simsala. Oh, ey. Simsala erstmal so richtig Gary, ey. Ja, die nimmer. Jaaa. Und tschüss. Nee, noch gar Simsala. Jaaa. Man, Todok ist einfach ein One-Hit. Ganz ehrlich. Simsala hält auch nichts aus. Was soll man mit Todok machen, ey? Da war der Kampf. Hm, das war unerwartet. Ich hätte gewinnen müssen. Ich will eine Revanche. Es kommt noch ein Kampf. Oh, du dich jetzt. Ich will erst mal die Güter schaffen. Oh, gut. Oh, feine Revanche. So. Ich hab gehört, wer ist als nächstes dran. Oha. Pierre. Jaaa. Jaaa. Mach das Ganze anständig, bitte, Pierre. Was? Oh Gott. Wir wollen's kein zweites Mal machen. Ich bin immer das Geräusch. Ja, das klingt schon nicht so gut. Ihr habt mir die Waffe gegeben, weil sie... Ja. Was weiß ich, ob ich das dazu finden soll. Was machen wir denn hier? Jaaa. Komm hier. Supertrank. Oh, tschön hier. Das reicht, ey. Das ist so heftig, ey. Das ist Ultraturtalk. Ah, das ist Ultraturtalk. Das ist Ultraturtalk. Ja, was haben wir, ey. Der sieht irgendwie so neutral aus. So, so. Du hast es also bis hierher geschafft. Greife Leistung. Doch nun ist deine Segelsträhne vorbei. Uh, war das jetzt die Verlierung? Nein, ich erwarte, dass du zugrunde gehst. Muahahahaha. Oha, ey. Er meint, er weiß Bescheid, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Was ist das für ein Shining at Wands? Oh, Gott. Wandsong. Wandsong. Weißes Tod. Psycho Stahl. Psycho Stahl. Weißes Tod. Ist das nicht so effektiv? Nein. Ist das gut? Nein. Ist das gut? Nee, ist auch nicht so. Surfer, oder? Ja, Surfer. Ja, Surfer. Ich dachte mal, kein Psycho Pokémon wegkriegen. Alter, warum haben alle Hypnose? Alle haben die Hypnose. Gegen Stahl ist nicht effektiv. Außer in der sechsten Generation. Da ist jetzt neutral gegen Stahl. Wie erstimmt das? Bisher war fast alle hier, oder? Wird Hypnose irgendwie. Ja. Nur diese Piss-Attacken so, ey. Ganz ehrlich, der hat schon ein paar mal Gedanken. Surfer wird gleich kaum was abziehen und der wird uns wahrscheinlich One-hitten. Oh. Nochmal. Oder die machen einfach nur Gedanken-Ruf die ganze Zeit. Ja. Nochmal. Mach lieber Surfer. Oder Aquawelle. Er hat vier mal Ding ins Eingang. Ja. Er ist jetzt auch speziell. Ja. Das hat drei gemacht. Scheiße. Echt? Er ist bis hier physisch. Ja. Mach Schädelung. Ne, ist nicht effektiv. Trinken. Boah, 32. Ach so, er hat sehr Erholung. Ja. Ja. Ja, das war's mit Schurtschalk. 209 hier oben. Ja. Wäre ja keine Attacken, oder? Ach. Wäre ja Schnee. Ja, Chaos und hoffen, dass du schneller bist. Ah, Chaos hat keine Attacken mehr. Schneepächer. Hat er nicht mehr? Wieso das nicht mehr? Weil er leer ist. Boah. Oh. Ja, da haben wir jetzt nicht. Äh. Ah, fucker gegen den. Hm, Aurora Strahlen. Ne, nicht Aurora Strahlen. Ja. Fett. Wird. Scheiße. Ja, wer weiß was er macht. Stärke einfach. Auf Volltreffer hoffen. Ja, alles andere. Bringt alles nicht. Ja, dann ist doch scheißegal. Hau drauf. Ja. Er macht Aurora. Ah, geil. Können wir jetzt nicht heilen? Was haben wir denn? Beleber haben wir. Topgelesung haben wir doch. Ja, aber I wanted to talk eh eigentlich nur wieder. Naja, vielleicht spiele er ja dumm. Ja. Und ich meine, und Arceus kann man dann noch opfern und wieder... Oder haben wir... Äther oder sowas? Ich glaube nicht, aber... Wäre ja irgendwie auch einfach dann. Ne. Ich weiß nicht, wird Beleber jetzt eigentlich noch nicht verschwinden, weil die... Der ja nicht dumm spielt, haben wir Beleber ziemlich verschwinden. Ja, warum? Ja, dann sind wir ja eh ja jetzt. Ja, wir haben ja viele Opfer-Pokémon und so, die wir sieben haben. Wir haben ja noch genug Geld, dann kaufen wir uns einfach Smile. Ja, wir schicken, wie ich es auch finde. Ne, halben Bosse tut doch nicht weiter. Ja. Das hört so, dass du gewohnt hättest. So war Aurora-Span. Hat man wahrscheinlich schon wie viel das macht. Garnet. Nein. Stärke. Leucht. Donnerschock ist stärker als Aurora-Span. Ne, Stärke war ja nur um 10 zumindest. 11. Das ist gut. Ja, wir haben auch noch ein paar Sonderbomons, die knallen wir dann einfach rein. Ja. WCF! Der macht das dann so lange und dann macht er das so, ach, ist ja jetzt eh egal. Okay, der scheint sogar immer noch. Ich glaube, hier ist es ohne Limit. Irgendwie schon, oder? Irgendwie schon, oder? Ja, ist ohne Limit hier. WCF! Okay, jetzt macht er das immer so beim letzten Drücker macht er dann Psychokinese. Das Ding ist, wir bräuchten ja jetzt eine Attacke. Haben wir eine physische Attacke, die jetzt so viel abzieht, dass er nicht in den roten Bereich kommt? Das einzige... Ich geh davon aus, dass es hier Schwebe hat. Dann bringt Kleinstein auch... Weil das ist ja so eingestellt wie bei den Computern, bei den Spielern. Die machen erst im roten Bereich, setzen sie bei ihre Toast Genesung oder Heilung. Und jetzt hoffen können, dass das Biss gleich ihn zurückschrecken lässt. Los! Aber egal, jetzt können wir Biss weitermachen, kritisch und so, oder Faxen. Warum haben wir das eigentlich noch? 18 Mal. Nee, 13, 12. Ja, okay. Komm, 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 komm! Jetzt Volltreffer! Fick dich! Fick zurück! Mo! Volltreffer! Ramm, ramm, los! Fick dich, du Gamm! Versuch mal Kleinstein. Und ein Finale einfach in die Luft schwebe. Ja, oder einfach in die Luft pusten. Und? Ich würde erstmal Intensität versuchen, von mir aus. Na, ob er schnell genug ist? Im Finale dürft ihr doch auch... Naja, bei 23 und Stahl, ne? Oh. Und Intensität haut ihn ordentlich da, ne? Wenn du es trifft, wenn du es keinen Schwebe hast. Also, das kann ich nicht! Intensität. Vielleicht hat sie zu Schutz. Komm schon. What the fuck, gängel! Oh, Kleinstein! Komm schon! Nein, das ist zu wenig! Naja, vielleicht muss ich noch mal Gedanken machen. Offenlich! Ja, jetzt machen wir... Okay, jetzt kommen wir immer noch auf Kritisch hoffen. Quid! Oder einfach Intensität... Ach, ne, das hat ja keine Stärke. Ja, in dem Spiel anscheinend nicht. Ne, hier hat's wohl was festes. Komm, kritisch, kritisch. Jetzt macht's wieder Erholung. Fick dich. Ja, egal, egal, egal! Irgendwann kriegen wir schon hoffentlich einen Quid. Ja, ich meine... Wir haben noch 8, glaub ich. Oder wie viel hab ich noch? 23. Ah, 23, ja. Geh sterben, geh sterben, du Kackding! Jetzt, jetzt! Okay, okay! Okay, du Lacana! Egal, egal! Wir hauen das jetzt so zusammen! Nein, los! Yeah! Yeah! Wir brauchen jetzt Power! Wir brauchen die Yeah Power! Wenn es ihm plattmacht, müssen wir alle so einen großen Yeah machen. Ganz klar, ey! Mehr als wir mit Intensität haben! Oh, jetzt! Los! Und los! Yeah! Dann haben wir gebumsfiedelt! Alter, zur Hölle! Voll nervig! Scherox? Ach, Scherox? Ach, Scherox? Scherox? Aber wieso Scherox? Okay, haben wir denn mal... Scherox können wir doch schon... Ah, Stahl! Scheiße! Irgendwas auch fahren, so... Wir haben einen Beleber! Ja! Ja! Ja, Toto muss sofort wiederbelebt werden! Ja, Toto muss sofort wiederbelebt werden! Gleich, wenn das reinkommt! Weil der macht bestimmt Schwertanz! Ach, kannst du ehrlich? Ich hole jetzt die Rabikuline irgendwie! Los, Kommando! Mach was Sinnvolles! Und dann beleber! Er hat nur einen Arm! Er hat nur einen Arm! War doch schon immer so! War doch immer so! Dass man nur den einen sieht! Bei den kleinen Kribbeli! Ich meine... Scheiße! Er macht es! Er macht es, ey! Boah! Mach heute! Was für Ernst? Kann sein! Nein, nein, nein! Das Problem ist, sein Angriff steigt stark mit Schwertanz und Heuland nur... Ähm... Es würde aber eine Ewig-Schleife geben! Es kann sein, dass er danach dann aus Trotz wieder Schwertanz macht! Naja, das kriegt dann immer mehr Power! Ja! Was? 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 Ja... Es ist die Frage, ob es sinnvoll wäre Trotz jetzt rein! Trotz jetzt langsam bleiben und er würde tot sein! Mach aber so lange! Ne, das ist schneller! Xerox! Hä? Weil der Start ist? Xerox ist sau langsam! Und gegen... Hat aber Power und hält ordentlich was aus! Ja, dann früh drauf bauen, ne? Ansonsten macht das jetzt nochmal Schwertanz oder so! Ja! Oder wir switchen Trotok rein und das geht sofort drauf! Ja! Ich würde lieber zu Kleinstein gehen und mit dem draufhauen! Mit dem? Ja komm! Und dann Erdbeben oder... Finale! Oder äh... Steinwurf! Intensität! Kleinstein! Der ist Stahlkäfer, ne? Ja! Uiiii! Mal ehrlich! Er ist schon wieder in so einer Loopphase, wo er nichts macht! Hier, Moment mal! Der angesteigt ja nur normal! Wieso? Angriff von Xerox steigt! Ja stimmt! Das kommt noch dazu! Stimme! RPG Necker kann man das überhaupt gar nicht so heftig machen! Ha! Ich glaube, wenn er jetzt nichts machen wird... Eisen! Oh! 1200! Alice! Oh, war kill! Ja, komm! Torto müsste jetzt mit Surfer reinhauen, oder? Auf jeden Fall ordentlich! Groß, Torto! Wir brauchen jetzt deinen Speck! Oha! Oha! Ja! Ja? Ja, gut! Boah! Boah! Was willst du? Wie Kacken! Oh! Ja, jetzt nicht wieder, ne? Boah! 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 Du bist bei Biss? Ja. Du bist bei Biss? Das ist Stahl! Ja! Ach was... Und ich bin Surfer jetzt gegen die... Ja, mach Aquaswelle dann! Irgendwas braucht man für Siegfried Sheaure noch. Boah! Das wird super schnell! Du was mit Scheaure? Eventuell mehr Schaden! Boah! Du musst nicht auf... Das ist auch nicht effektiv um eventuell aufladen! Nee, ich muss nicht aufhören, guck einfach mal wie viel das macht. Aber irgendwie glaub ich, der macht das auch nur noch nicht. Macht mehr als Sargfalle. Boah, das ist voll der nervige Gegner. Ja, weil irgendwie könnte er uns voll weghauen und macht das nicht. Nee, er erhöht ja nur seine Intensität. Ja, mit Agilität das einmal in Ordnung. Oh, ernsthaft, echt ernst. Okay, wird voll entspannt gegen den. Naja, das ist aber echt besiegen, das wird das Problem. Ja, das wäre total. Unsere Attacken gehen alle voll down jetzt, wegen dem Lappen da. Ja, und Erholung kommt jetzt, pass auf. Oh, der Typ regnet ganz auf. Mach mal Aquawelle, das kann verwirren. Auch wenn er schläft. Klar, verwirren ist unabhängig davon. Mal kritische Treffer. Aber auch teilweise ist der G-Maker? Das weiß ich ja natürlich nicht. Irgendwann ist ein Formalspiel. Nee, aber das kriegen wir nicht down. Nee. Boah, was könnten wir denn gegen den überhaupt machen? Final. Ganz viele kritische Treffer und dann ist er... Das hilft auch nicht, wir kriegen ihn. Nee. Wir müssen ihn ja an dem Punkt down kriegen, wo er immer die Erholung einsetzt. Und das ist ja immer so ein gewisser Punkt, wo er das einsetzt. Ja, das kommt noch dazu. Wir haben nichts, womit wir ordentlichen Schaden machen können. Ja, das einzige was ich jetzt versuchen könnte... Schneepika ist tot und wir haben keinen Beleber mehr. Höchstens könnte ich jetzt einen Surfer versuchen. Vielleicht hat er es ja nicht schön. Macht er auch nicht so viel mehr. Oder wir sterben. Das erholt sich jetzt eh. Das ist schneller. Ich glaube noch setzt es nicht um ein. Ja. Okay, noch wird es auch ein bisschen danach zu machen. Aber wir versuchen einfach... Wie zum Bumper. Vielleicht wird es so einen geilen kritischen Treffer am One-Hatter. Weißt du, ey, das ist jetzt. 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 Jetzt mach der Erholung. Boah, wie nervig ey. So ein kleines Pissviech. Weißt du. Den kriegen wir original nicht down. Ja, das ist jetzt... Jetzt. Ich glaube, ich. Ich glaube, es ist jetzt selber auch nicht. Ach ne, mit Sonnabomom an Wiederbelegen ging ja nicht hier. Ne. Schade, sonst könnten wir das. Im Kampf jetzt sowieso nicht. Ja. Ach so. Er macht es einfach original, ey. Dann würde ich sagen, verlieren wir die Geschichte einfach, weil das hat so keinen Sinn. Man kann in einem Punkt immer hoffen auf einen Surferquid. Ja. Aber danach hast du nichts mehr. Also bei dem haben wir keine mehr? Ja. Wer weiß. Warum haben wir eigentlich nichts eingekommen? Frag Steffen. Weil dann, Jungs, was war? Ich glaub da war was. Da war ein Pokémon Center, soweit ich weiß. Ja, dann lass du irgendwo zu einer anderen Stadt liegen kurz und geh jetzt zurück. Tja, das war doch nicht letzte Folge. Nee. Irgendwie nicht. Weil das Ticho ist gerade voll. Dann lass dir einfach super lange gehen. So. Na ja. Freche Ultra-Folge. Na komm lass den Scheiß. Du kannst ja schon mal die Aufnahme abbrechen. Genau, wenn nicht hier kurz und dann machen wir gleich nochmal Top 4 und bereiten uns besser vor. So. Alles klar. Ähm. Da hat's Steffen gescheatet. Ähm. Hier seh ich keinen Supermarkt. Und hier ist bestimmt auch keiner drin oder so. Ne. Ich bin nicht ein Kunde. Hahaha. Und wir sind Supermarkt. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ja. Kann ich ja gleich noch machen. Das ist ja nicht weiter. Der Leber hat's was ich. Hehehe. So. Noch ein paar Bälle. Schütze brauchen wir nicht. Vertränke. Oder Vertränke. Die fehlen auch komplett auf bei uns. Top Geläser. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Achso. So. Ein bisschen ist noch übrig. Was soll ich da noch kaufen? Superheiler. Oh ne. Aufwecker reicht. Ja. Wobei wir das wahrscheinlich eh nicht machen. Aber was soll's. Oder einfach die Leber. Juhu. Und die Leber für den Rest noch. Oh. So. Wir haben das. Auf Wiedersehen. Einfach weil man's kann. Eingriff. Mein Einsatz sagt Dingens jetzt. Du hast nicht genug Geld um hier deine Firma zu nehmen. Oder items hast du nicht. Ach. Hier. So. Ist nicht in der Aufnahme. Verarscht. Boah. Frech. Und wieder verarscht. Boah. Dass ich die verarscht hab. Total die verarscht. Der hat mir so nen Arsch. So. Vorlesen müssen wir den ganzen Spass ja nicht. Und der hat ja jetzt Bäume ne. Ja. Hat er seine Bäume. Ich spar mal Acheos auf. Erstmal hau ich noch die Sonne. Wo wir morgens in Turtok rein. Turtok. Vielleicht. Auch noch zwei für Pikachu oder so. Zwei für Pikachu. Oder soll ich Turtok auf 40? Turtok auch noch ein 40. Ja. Für die was auch noch ein. Turtok. Ah. War eigentlich was. Schade weil. Turtok. Turtok kriegt eh sofort ein Level ab. Ah. Turtok dann ist er auf 41. So. Ähm. Ja. Ich geh mal ein bisschen. Mit welchem jetzt am besten anfangen. Achios. Achios will ich am liebsten noch aufsparen. Ist Eis gut mit dem Ganzen? Natürlich ist Eis super gut. Ja. Hallo. Ich bin. Na ja Schneepiker schon. Schneepiker. Ja das ist mir auch klar. Dass ich Schneepiker nehme. Ich bin nur grad am überlegen. Ähm. Ja. Schneepiker ganz nach unten. Welche wir für welchen Trainer brauchen. So. Wollen wir mal ein. Schreitet zur Tat. Schneepiker ist das allerletzte. Shit hier. Hätten wir Eichstrahl. Ja. Aurorastrahl ist aber schöner. Pilzspur. Kaum. Pilz. Ein Hellseher. Und der ist ja Schellef. Auf und weg. Und das fliegt selber. Hat er echt jedes scheiß wie ich Erholung. Sieht so aus. Okay. Jetzt haben wir noch Aurorastrahl und Schiff. Mag. Eigentlich hätte es ihm ein Aurorastrahl. Wow. Er hatte ja nur noch so ein bisschen. Was soll's. Ist doch scheiß egal. Der Sterb. War das nicht Drache irgendwie? Das ist Stein. Und Pflanzestein. Pflanzestein sogar. Und vergiftet. Uuuh. Biu. Oh Gott. Ich plättere jetzt den. Biu. Biu. Ich hab nicht gesehen was er da. Ich weiß. Egal. Ich weiß. Ich weiß. Pikachu freut sich schon. Wow. Gleich ist Pikachu. Und jetzt ist es tot. Ja. Okay. Das hätte es so oder so nicht überlebt. Überlebt. Von daher. Jetzt wird der verletzt. Nein. Ich hab gerade gewechselt. Jetzt. Oh. Oh. Daneben. Äh. Die Surfer trotzdem mehr ab. Auch wenn das Pflanze ist. Gut. Pige. Ja. Das bringt ja auch ein Go nix. So. Aber du wolltest bepflanzt. Ja. Ich wurde besahmt. Du hast trotzdem HP verloren. Obwohl er ja schon tot ist. Ja. Weil er noch im nächsten Monat. Ja. Weil das ja nicht die Pokemon-Mechanik ist. Sondern von RPG Maker. Wie das da möglich ist. Nochmal egelsam ist der dumm. Ja. Und. Oh. Sobald er kommt zu Ende war. Mhm. Du hast den Zweig verbrochen. So. Ich heile ihn noch kurz. Bin so freundlich. Warst du sozial bist du? Ja. Lass ihn mal mit Luwanda anfangen. Wen? Wehne? Ja. Hey. Warum machst du einfach alles? Ja. So. So. Du musst dir kurz hier dein Team zusammenstellen. So wie du es sagen willst. Ich hab schon mal die Grundeinstellungen. Wollte ich eben vornehmen. Also die Mann nach vorne. Sollst du dann doch lieber selber machen. Ist besser. Ja. Dein Team noch einstellen. Bevor du den Kampf beginnst. Ich weiß nicht wen du vorne haben willst. Wir nehmen doch eh erst auf. Dann haben wir wieder bei denen. Wir nehmen schon auf. Die ganze Zeit. Heftiger Scheiß. Man hat dich pinkeln hören. Oh cool. Na. Jetzt schaut niemandem zu. Kleinschleiter vorne. Schneepieker. Wer war denn das nochmal? Das war ja der Unlichtfatzke. Der Unlichtgeistertyp. clarify. Geister... Weißt. Bei Sounds. Ghost. Ghost blablab. accurate. Was ist das? な shit. Ich steige sie einfach. Das ist einfach. Und rede Arenadegradger급glied. Ist selber das sogar noch dreiATELE höher. Ah da noch mal das gesprengt. Genau Enthorn. ich bin vielleicht ist ja daneben nehmen auch da direkt schlägt aber gleich wieder aber was soll es aber jetzt wahrscheinlich noch mal schon sehr effektiv und es überlebt das auch das kommt dann ab jetzt alles klar ja das ist ja auch nicht daraus ein Donnerblitz das ist ja kein Donnerblitz mehr aber danach schockt dann halt es doch schon als ob sie hat sie hier in den Jahrhaut ja auch um die Maura Storl d sehr gut wir haben noch 18 Beleber Kann kein Kals sein. On the Camper ging ja ein Dinosaurier. Da aussieht ja ein Entschirm. Äh, 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 was konnte der Heftiges? Keine Ahnung, ich will mal einfach gucken. Finzerfrau. Edwin. Gut zu wissen. Was? Heftig, ey. Wow, da hab ich mal von Belieber auf den Zug. Na, auf Commander. Gut, der muss wiederbelebt werden. Der ist verbrannt. Hab ich jetzt bei dir aber schon gemacht. Ja, dann hau einfach noch mal in die Attacke. Na, trank. Ja. Du hast ja erst verbrennt es dann doch mal. Er bin bad, bam. Einfach so umlaufen, um sicher zu gehen. Hm, Tour Talk. Zumindest brennt es nicht mehr. Ja. Und Sofa, bam. Fett zu. Kassieren. Warum weißt du ihn nicht? Bist du effektiv? Heftig. Nur, ich bist machen, nein. Scheibenstubst. Aber ganz eben, ne? Komm jetzt eben. Bam, bam. Ja, hier. Fett. Kassieren. Traumagil. Traumagil. Traumagil ist ein kleiner Luschi-Bug. Das sieht aus, als hätte so ein Neko-Rund. Nee, der ist halt ein Neko-Rund. Ach, und nochmal. Donnerblitz. Hm, alle können sie Donnerblitz. Aber ist ja egal, ob das ein Geist ist. Haben sie aber vorher gar nicht angesetzt. Als nur gegen Tour Talk natürlich. Ganz frech, ey. Die ist gar nicht nötig. Eine Puppe. Ach, hier übertragen. Los, Tour Talk. Hm, Tour Talk heftig. Ah, blöd. Irrlich. Irrlich. Es ging daneben. Bam. So wie letztes Mal. Lusch. In der Kackbue. Donnerwelle. Igitt. Na, komm. Ist paradisiert. Ja. Ist frech. Aber... Ist jetzt auch gut, weil dann kann Tour Talk in den Arsch haben. Did, 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 did. Muss man wechseln? Da kommt auch was? Ja, schick. Ach ja, entspannt. Ey, eigentlich hättest du Glumander machen können. Komm, wir wissen, was ist hart. Wir wissen, was ist hart. Ja, vielleicht kommt es jetzt von Ultra. Paradisieren, na? Das kann sich nicht bewegen. Teckel. Kritischer Treffer. Was? Warum nicht? Nichts sehr effektiv. Na ja, es ist ein Aktiver-Server. Weil er kommt vielleicht Level 5 oder so. Oh, nicht. Er ist... So, Magite. Gibt Magi die Tastatur, kann er sich selbst das Team zusammenstellen, wie er will. Und denk an Heilen und alles. Der Fake-Gary-Brillen-Obermotz. Das ist Gary. Ja, da sind wir alle. Gut, dass du das nochmal überprüft hast, Magi. Sicher ist sicher. Man weiß jetzt. Ja, wer weiß, was wären wir jetzt woanders wären. Das wäre voll creepy, ey. Soll ich Ding ins... Superschutz, schnell auf. Neen Kicker, wiederbeleben, ja. Ja, hab ich ja schon, aber soll ich Ding ins... Ja, natürlich wird's die Paralyse halten. Ne, dann schläft er wenigstens nicht. So, als du willst. Ja, aber kann ich angreifen? Na ja, eigentlich schon. Doch. Und mach mal Superschutz. Sicher ist sicher. Ne. Das wäre jetzt noch ein wenigstens Punkt. Das wäre ein wenigstens U2-Level 100. Es kann doch. Wuuu. Alles klar. Wuuu. Der mit seinen neuen Ohren, obwohl es nur drei gibt. Dass man richtig gescheatet hat. Der hat auch bei Team Brockelt. Diesmal muss er es, muss er es übertrieben machen. Da ist es wieder. Ja, ich will diese Brille. Oh ja. Überraschung. Oh. Siehst du? Hätte ich Paralyse drauf gelaufen. Oh nein. Du kannst ja machen, was du willst. Ja. Du kannst jetzt auch einfach einen Aufwecker oder sowas verwenden. Ein Donnerblitz und Störthock ist voll. Fertig. Wenn Flucht funktionieren würde. Haben wir keinen Aufwecker mehr. Bis Klick auf Flucht und es funktioniert. Ja. Donnerblitz tut. Schmuckball. Und überleben. Bam. Alles was du jetzt so sagst, klappt immer nicht dann. Das ist sehr unterhaltsam. Fokusspuff. Ah ok. Passt doch. Passt doch. Na tu es. Tu es. Alter Mann, das ist so penetrant ey. Der hat das bestimmt ab sich nicht gemacht. Das muss er nicht. Natürlich. Computer. Kleiner Wichser ey. Ah ey. Oh schade. Weißt ihn dort. Na endlich. Weg. Wenigstens ist es dann auch ein One-Hit gewesen ey. Ja. Na ja. So ein Nebulag. Ja. Stell dir mal vor, es hätte das überlegt. Ja. Dann hätten wir Turtower gemocht, dass du hier rauskommst. Hättest du eh mal verpissen können. Geh dann kenn ich Mut. Sianna hat keine Death mehr. Doch. Nicht wirklich. Nach Tara war Revolt. Sianna war Angriff. Spezialangriff. Ja Spezialangriff. Passt doch. Und das ist auch weg. Sianna ist wie ein Weitlef. Nein. Nein. Aus. Ah. Das Sianna ist männlich. Ja. Er kriegt ihn für die. Das hat ihn nochmal gegen Dragonier eingesetzt. Oder gegen irgendetwas anderes. Mach was du willst. Dragonier. Drachen hat ja nicht so viele Schwächen. Zum Beispiel Eis ist eine Schwäche. Das ist ein Drachentanz. Ja. Das ist ein Eis haben wir ja. Ja. Das tanzt nochmal. Das tanzt nochmal. Ja. Yeah. Das tanzt nochmal. WDF kann das tanzen. Ja. Es bildet mit dem Schwanz rum. Schlängert sich rum. Und tschüss. Tja. Das war ja auch Tolles. Aero Ducktale. Aero Stactyl. Aero Stactyl. Achja. Das Aero. Yeah. Aero Ducktales. Aero Ducktales. Oh man. Ducktales. Hey komm. Nix geht über Ducktales. Na ja. Ducktales. Das ist der Eiffel. Und Krapomenten. Und Simsa hat die Krapomenten. Ja. Simsa hat die Krapomenten gesehen. Hat keine Death. Ja stimmt, das hab ich vergessen. Aber ganz knapp, nur 3 äh... Ja, aber knapp ist... Soll ich steinklein wenn du umgehst? Steinklein! Pikachu! Zum Salon hat auch so ein bisschen... So ein bisschen den, wolltest du? Genau. Ein bisschen, ne? Frech. Tschüss! Fick dich doch, warum sind die so schwer? Hau doch Arceus raus. Ich mach aber Taubsee, wenn ich nicht mehr heim... Taubsee! Das ist das Taubsee von Silber, von Silber und Gold, die Animation die sie da benutzen. Das Taubsee auf dem du fliegen kannst. Oh verdammt. 400 Schaden, bam. Fast überlebt. Spammt auch nur Psychokinise, was anderes brauche ich auch nicht. Ist so der Standard, ey. Jetzt 64 Schaden. Und tschüss. Aber das kannst du überstanden, jetzt darf ich ja wieder ran. Zum... Zum... Zum zweiten... Zum Kumpel. Aber jetzt haben wir Arceus, also Kiesa auf dem Popo. Ja. Schnell dir dein Team zusammen... Welche Flasche war die unbenutzte? Ja, Bena ist die unbenutzte Flasche. Welche darf ich benutzen? Das ist Robin. Keine Ahnung, musst du mit denen absprechen. Colin. Du darfst gar keine benutzen. Oh, mit den Glas hochgeruchten. Ja nimm doch einfach eine. Welche denn? Ja, nimm doch einfach eine. Das ist mir egal. Hast du das eingetrunken oder nicht? Zu einer hab ich nur was eingegossen. Kannst ja woran was welcher. Du trinkst auch die Maus und flaschen. Oh, mit dem Mund rein. Oh ja. Die hat mich benutzt. Ah, mit Spaß. Interessant zu wissen. Ja, und ihr habt alles sehr getrunken. Jetzt werdet ihr alle zu Bedes. Also, weißt du ein Virus oder was? Genau. Der Bedevirus. Oh yeah. Geil. So ein Fetischer. Das war mal nach Tara. Sein Anzug hat nur die Haut ein bisschen. Sofort draufhauen. Urteil ist gesprochen. Ja. Nein. Oh du dämlicher Wichser. Er zieht's ordinal durch. So jetzt kommt sicher. Na jetzt ist sie eh tot. Und tschüss. Oh, teils. Ich kann das Teil auch nix machen. Das Urteil verrichtet. Und dann vielleicht Arceus noch safen. Meinst du tauschen? Ja. Mach mal. Wer weiß, was Yfri noch einsetzt. Vielleicht kommt da ja was heftiges. Kleinchen, Kleinchen. Kleiner Stein. Oder? Hattest du nicht über dich angekommen? Was hat der? Was kommt denn jetzt? Nee, gegen Chirurgs ganz klar. Achso, ja. So reicht der jetzt. Achso, kann doch Chirurgs suchen. Chirurgs. Ortlos. Kleinchen war ja gegen Bronzong. Achja. Ja. So, yeah. Ja. Warum tanzen sie eigentlich alle? Ja, das können sie. Die sind gut auch. Die sind gut zu dir. Heftig, heftig, heftig. Da ist ja doch jetzt eigentlich das Impolium. Impolium. Das ist Wasser, ne? Ja. Pikachu, das lebt dann noch. Nope. Ja, diesmal lebt's auch. Ja. Haut sie eben weg. Pikachu. Pikachu. Pipi, pipi, pika. Piku. Ja, auch nach einer Erholung wird's dann gekillt. Ja. Und dann zwingt mir ein Schwertzack so. Ich mach das. Ja, deine eklige, pissige Erholung. Nur fette Stück Scheiße. Muss einfach mal sein. Na ja. Mal so ein ekliges Schwertzack. Na ja. Und langsam. Jetzt muss man sich da noch mal holen. Ah. Ja. Na ja, das ist ein Nekrophil. Ah, verdammt. Gut, dass er jetzt weg ist. Nekro-Kinderphil ist. Nekro-Kinderphil ist. Nekro-Pilophil. Mal gucken. Wechseln wir den nicht fix auf Fotografie. Was ist der denn ein? Das überspringt der ja ständig. Den kann man es ja lesen. Ah, okay. Der stand da auf. Der stand da. Der steht da immer. Der setzt das nicht an. Oh. Oh. Hast doch beide Elektro. Aroma. Elektro-Stahl. Also, dann Aroma-Stahl. Ist das gut gegen Stahl? Nicht effektiv. Gegen Stahl ist das alles nicht effektiv. Ja. Dann einfach wechseln. Ne, Turdruck nicht. Turdruck auf keinen Fall. Mach doch Gleinstein. Das ist doch gegen alle Elektro-Technen. Ah. Ja, Gleinstein. Intensität wird ein One-Hit. Ja. Gleinstein. Die Frage ist, wenn es einen Stahl-Attacker hat. Stahl ist halt, Maun. Tja, ich ist Kleinstein. Was war es nochmal? Stahl. 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 Ist egal. Stahl. 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 Ja, wie gesagt, dann macht es her, wenn ihr das anders wollt. Ja, dann gib die her. Dann mach ich das. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da sagst. Ja, wie gesagt, ich spiel halt so. Dann mach das selber. Aber du weißt doch, dass wir den Text da nicht wegklicken sollen. Ja, ich mein, ich klicke halt so, ich klicke halt nur noch mal. Und wenn ich das ein bisschen schneller klicke, dann klicke ich das zweimal. Dann ist das manchmal so. Ja, aber da hast du den Text einfach nur weggehämmert. Ein-, zweimal klicken ist ja nichts los. Aber wenn dann der Text kommt, dann kannst du ihn auch da stehen lassen. Ja, acht Schaden machen wir die Plätze auch. Oh Mann, das ist ja eine Knackwurst, ey. Ja, und findet er alles klar. Das war dann nur 800. Das war sein, das war sein Zwirbelmoment, ey. Ja. Ähm. Wenn wir jetzt... Einfach beim nächsten Mal schauen, was er arbeitet. Und dann kann man immer noch... Wenn wir die jetzt nochmal machen, dann werde ich jetzt nämlich den Weg dahin nicht nochmal mit reinnehmen. Das wird nämlich ein bisschen nervig. Ja. Warum machen wir das Ganze jetzt, ey. Deswegen, boah, 4900. Alter, das ist nicht schlecht, ey. 420 Schaden. Haha, niemand kann das mit... Oh, wow, wow, wow. Oh, okay. Ach, wen schiegt denn? Einen Augenblick. Oh, ist das etwa ein, ey? Ja. Einen Augenblick, bitte. Was ist das hier? Oh, er wird gesucht schon aus. Wir haben ja eine Anzeige gegen dich. Du hast versucht, diese Welt zu vernichten. Wer hat das? Wer hat das? Wer hat das? Genau. Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts getan. Ich habe diese Welt nicht vernichten wollen. Ne, aber du hast das Spiel erstellt und trug mir auch das Missignor, das uns bei einer gelöscht hätte. Und so. Und diese Gefahr auszusetzen war völlig unnötig. Du bist verhaftet, ey. Da. Bist du das? Das bist du. Das war ein nötiger Höhepunkt in diesem Spiel. Irgendwie musst du den Plot doch auflösen. Folgt die Welt. Folgt die Welt. Folgt die Welt. Folgt die Welt in deinen Ernst. Alles klar, dann ist... Okay. Wir sind alle Pokémon drauf. Können wir wahrscheinlich auch nichts machen. Komm her. Scheiß. Gucken wir mal schnell, ob alle Pokémon tot sind. Ja, aber ehrlich, was ist denn jetzt eigentlich? Scheiß. WTF, die sind alle tot. Ja, okay, heilen wir uns mal ein bisschen. Und wenn es überhaupt noch geht, ey? Hui. Okay, es geht, aber wir sind... Echt, Amanda, okay. Ja, Moment, was... Jetzt haben wir was zum Opfer. Ja, Moment, es waren gerade jetzt echt alle tot? Ja. Wir konnten gerade mit... Wir hätten ins Gras wohl Gras gehen müssen, um zu sehen, was passiert. So. Du fällst instant um ins Koma. Nee, wir kommen eh nicht raus. Picassus Sport. Möglicherweise war nur wieder 8. Ach, du. Was ist denn passiert? Hat sich nur die Polizisten geleistet? Nein, nur die Polizisten. Ach so, da ist der Spack. Also, da habe ich mich von denen aufweiten lassen. Ach, die Scheiße. Also, wie du vielleicht schon gemerkt hast, wirst du hier in der Ruhmes ein. Also, wie du vielleicht schon gemerkt hast, bist du hier in der Ruhmes ein. Ohhhh. Als hättet ihr einen Schlagabfall gehabt. Das habe ich jedoch nicht. Besiegt... Besiegt das, darfst du dich nicht eintragen. Okay. Ich werde dich deshalb nach Knudorheim teleportieren, bevor du irgendeinen Mist anstehst. Eeeh, stehen bleiben! Diesmal keine Punkte. Lass mich los, ich lösche dich, wenn du mich nicht abkühlen wolle. Da hat sich's endet. Eeeh, hier gewinnt! Wo ist das fünfte Mitglied der Top 4? Das war es! Der Polizist war das mal. Oh, verdammt. Okay, ich will mich eintragen, dann tragen mich nicht ein. Ja, gut. Tschüss. Kannst du dann wieder rausgehen? Okay, was ist ja? Okay, was ist ja? Nee. Haben wir jetzt eigentlich 4 Leute gekillt? Nee, das waren 4. Ja. Ja, also fünfte ist... Nochmal das Gerät. Oh, verdammt. Auf jetzt geht es. Oh, darfst du nicht gewonnen, ob ich trotzdem ein. Shining Advanced kann mich verhalten. Ja, irgendwie ja. Das Spiel ist nur fessig und macht aggressiv. Okay, wir haben das Spiel geschafft. Nee, man trägt sich immer selber ein. Noch, noch will ich noch nicht sagen, dass ich es geschafft habe. Ah, meiß. Bei so einem spackigen Ende. Ja. Mufflon, Kleinstein. So. Und... Kippichhausen. Ja, Mann. Kanade. Das Helicopter gefördete. Ja, mein ganzes. Nee, seiin Weiß. Bei Satan wird eine St purputle. Ein Arm prowad'u. Ey, DF! Und murrrrr. Unser mächtiges Tuathaub, was etwas gerecht hat... Und natürlich unsere... Oh. Ja... Einmal sie ist im Kreis gelaufen und hat mit Stein geworfen, so heftig war das nun echt gut. Ne, ich will immer noch nicht, erst wenn das Spiel komplett... Planet Edition, das Fragezeichen, irgendwie... Link, ja ok, ja stimmt, der kam doch auch vor. Ja stimmt. Tetris Block muss wir ja noch. War das Mauzi? Am Ende kämpfen wir jetzt gegen den Ashtar, der da... Der ist ja fliegende Pikachu. Von Dings. Ja ok, das fängt dann natürlich auch. Ja ok. Professor Archie, alles klar? Wo bist? Das ist ein bisschen eklig, dass er den fängt. Das Schneepieger, klar. Ja. Jetzt kommt das Feten-Ding-Muster noch. Ja. Jetzt muss noch das... Ach du Scheiße. Das Rohr-Mauzi. Jacks ist super, der beste Metatester, den es gibt. Er trägt die... Er trägt die Schuld an allen restlichen Bugs. Oh Gott. Ich entschuldige mich, bei allen, die etwas beigetragen haben und nicht aufgelistet sind, innerhalb von vier Jahren geht leider so manches vergessen. Nach vier Jahren hat er da dran gesessen, nicht schlecht. Ja. Na klar, wenn er sicher Uni hat er da als Dings-Fach da... Ja, er hat programmiert vielleicht in seiner Paxe. Okay. Das, was ihn hat. Hier nochmal auf dem G-Mail. Und er hat da ein bisschen angepasst. Ja. Zu dem Professor noch einmal. Ja. Vielleicht müssen wir gegen die noch einmal kämpfen. Ja. Erstmal zu ihm. Wetten, ich hab mehr Schneider als du? Neee. Na dann. Guck mal, ich bin Pokémon. Eiche, Eiche, Eiche. Ja, ja. Es ist immer noch gleich. Ich bin Eich, Mann. Eichmon. Das klingt eher nach Digimon. Ja. Nein, Moment. Eigentlich bin ich jetzt ja wieder ein Eichmon. Eichemon. Eichemon. Wo kommt das? Wo kommt dieses Video auf einmal her? Okay. Alles klar. Ähm. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass das das ganze Spiel war. Vielleicht die Mutter noch was zu sagen. Darum das Ende. Deine Mutter. Darum auch der Abspann, ja. Das war schon ein guter Hinweis. So. Okay. Jetzt haben wir es nochmal gelassen. Ja. Natürlich. Alles klar. Ähm. Was das? Das war Pokémon Feuer grün. Schutz wirkt nicht mehr. Das war ein guter Abschluss. Das war ein guter Abschluss. Ähm. Mehr lässt sich da auch nichts zu sagen. Ähm. Außer eins noch. Yeah. Yeah. Genau. Ähm. Auf jeden Fall noch ein ganz kurzes Fazit. Auf jeden Fall von mir. Was, äh. Ob ihr gleich auch noch ein kurzes Fazit gibt. Bleibt euch überlassen. Ich mach das auf jeden Fall. Ich fand das ein hammer geiles Game. Vier Jahre hat er daran gebraucht. Äh. Dafür gebraucht. Ähm. Wie man eben am Abspann gesehen hat. Und ich fand das war es auf jeden Fall derart. Hammer geiles Game. Ähm. Auch wenn man die Story schon kennt. Ich denk mal auch ein zweites Mal durchspielen wird immer noch geil sein. Weil ich denk mal wir haben da doch nicht ganz alles. Dass da noch so die eine oder andere Kleinigkeit oder der eine oder andere Verständnis wird. Das zweites Mal muss nicht sein. Kann man ein zweites Mal auf jeden Fall spielen. Ich hab doch nicht gesagt, dass wir das noch ein zweites Mal spielen. Colin Herrgott nochmal. Jaha. Ja ich komm auf den Bildschirm und das musst du dir auch noch ansetzen. So. Soviel zu meinem Fazit. Will noch einer von euch euren Scheiß los werden. Colin. Du ist abartig. Das ist mein Fazit. Ja Colin das ist nichts Neues. Es war irre witzig und schön. Die ganzen Parodien waren halt von halt zu göttlich. Ja Tetris und man durch Tetris durchläuft das hatte schon echt geil oder? Das Tetris-Signal. Da haben sich schon was einfallen lassen. Und natürlich Professor Eich. Es passt halt. Es gibt schon unendlich viele Parodien zu den Spielen. Das doch mal jetzt direkt bei dem Spiel nochmal zu machen. Kommt einfach sauber. Das haben wir schon ordentlich gemacht. Crooked Colin läuft schon die ganze Zeit durch ein Blumenfeld. Irgendwie hat er es echt ne? Wer Eichwürfer wird. Er braucht jetzt ganz viel Eich. Wegen Professor Eich. Alles klar. Router 1. Du hast nichts mehr zu sagen? Ich hab gesagt du bist abartig. Ja ja du bist auch abartig. Magic? Mr. Magic? Geiler Abschluss. Pierre noch irgendwas? Nein. Alles klar. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Wir sehen uns sicher in einem anderen Projekt. Wir haben schon in Planung noch andere Projekte in Planung. Also haben wir das? Bestimmt. Bestimmt. Wie? Auf jeden Fall. Achso. Haben wir ja schon gesagt. Deswegen könnt ihr euch schon mal fürchten. Ihr habt noch mehr von uns erwarten. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Yeah. Ciao.